Auf dem Rasen verändert sich Fußball von Jahr zu Jahr nur wenig. Abseits bleibt abseits, Tor bleibt Tor und Foul bleibt faul – zumindest solange der Videoschiedsrichter nicht eingreift. Trotzdem erscheint auch in diesem September mit FIFA 19 eine neue Ausgabe von EA Sports Fußball-Simulation. Und wieder mal will EA alle fußballbegeisterten Fans davon überzeugen, 70 Euro für ein Spiel auszugeben, das es beinahe genauso schon letztes Jahr in Form von FIFA 18 gab. Was also, haben sich die Entwickler dieses Jahr Neues ausgedacht? Das verraten wir euch in diesem Video zu den fünf wichtigsten Neuerungen von FIFA 19. 10 Jahre lang hatte Pro Evolution Soccer die Exklusivrechte an der Champions und der Europa League. Zehn Jahre lang mussten wir in FIFA immer wieder im doofen Champions Cup antreten, weil die Lizenzen für die echte Königsklasse bei der Konkurrenz von Konami lagen. Doch nun hat EA endlich zugeschlagen und den größten Transfercube der Saison gelandet. Die prominenteste Neuerung von FIFA 19 ist nämlich die neue Champions League Lizenz. Künftig können wir mit dem Original-Sternenball zur Original-Champions-League-Hymne in FIFA antreten und den Original-Henkel-Pot gewinnen. Und das in allen möglichen Spielmodi wie in der Karriere oder dem Story-Modus The Journey. Spielerisch bewirkt das zwar überhaupt nichts, dafür sieht das neue Menü-Design im Europa-Pokal-Silber aber sehr schick aus. Die wohl witzigsten Neuerungen von FIFA 19 finden sich derweil im neuen Anstoß-Modus. Darin können wir wie schon in den früheren FIFA-Ausgaben mal eben schnell eine Partie starten und gegen die KI oder unsere Freunde antreten. Neuerdings geht es aber nicht nur nach den Regeln, ein Spiel hat 90 Minuten und das Runde muss ins Eckige, sondern auch mit einigen irrsinnigen Spezial-Regeln. Bei No-Rules gelten zum Beispiel, der Name lässt es erahnen, keine Regeln. Hier gibt's also weder Fouls noch Abseits noch Karten und das Chaos kann seinen Lauf nehmen. Im Survival-Modus dagegen fliegt wann immer eine Mannschaft ein Tor schießt, einer ihrer Spieler vom Platz. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit ganz eigene Hausregeln für unsere Partien einzustellen und zum Beispiel unsere KI-Mitspieler super stark zu machen. Dauerhaft werden diese Spaß-Modi aus dem neuen Anstoß zwar sicher nicht ganz so lange unterhalten wie die anderen FIFA-Modi, gerade für ein paar lustige Runden auf der Couch gegen unsere Kumpels dürften sie sich aber bestens eignen. Auch in Sachen Gameplay haben sich die Entwickler von EA Sports dieses Jahr ein paar Neuheiten einfallen lassen. Insgesamt soll FIFA 19 wieder mal realistischer und auch ein wenig härter werden. Verantwortlich dafür ist zum einen das Active Touch System. Das sorgt dafür, dass es noch mehr Spieler-Animationen für Ballannahme und Ballbehandlungen gibt und gleichzeitig unsere Mannen auf dem Feld mehr darauf achten, was um sie herum gerade geschieht. Wenn sie zum Beispiel in ihrem Rücken einen Gegenspieler erahnen, lassen sie bei einem knappen Pass eher mal das Bein stehen, um den Ball abzufangen. Zum anderen gibt es die neuen 50-50-Battles. Die sorgen dafür, dass alle Spieler auf dem Feld nun härter und energischer in Zweikämpfe gehen. Anders ausgedrückt, FIFA 19 bekommt sehr viel mehr Pressschläge. Wie gut das funktionieren und wie neu sich FIFA 19 damit spielen wird, können wir aktuell noch nicht hundertprozentig einschätzen. Nur so viel vorab, wir konnten unter anderem auf der Gamescom schon einige Partien FIFA 19 zocken. Aber bislang hat sich abgesehen von den beiden erwähnten Gameplay-Feinheiten das gesamte Geschehen auf dem Platz noch nicht sonderlich anders angefühlt als in FIFA 18. Was braucht eine Fußball-Simulation, in der sich die Spieler Jahr für Jahr nach mehr Realismus sehen? Richtig, Finishing-Moves. Nun, ganz logisch erscheint dieses neue Feature nicht, aber auf jeden Fall können wir mit dem sogenannten Timed Finishing demnächst eine Art Superschüsse abfeuern. Dazu müssen wir einfach bei unseren Abschlüssen im richtigen Moment ein zweites Mal die Schusstaste drücken. Sind wir allerdings zu früh oder zu spät dran, geht der Ball beinahe garantiert am Tor vorbei. Theoretisch kann das sicherlich ganz witzig werden, aber selbst wenn dem nicht so sein sollte, dann keine Sorge. Falls die Timed Finisher im fertigen Spiel wirklich so unsinnig werden, wie sie sich anhören, können wir sie notfalls jederzeit komplett deaktivieren. Weiter ausgebaut wird außerdem der Story-Modus The Journey. Dieses Jahr werden wir nämlich nicht nur einen, sondern gleich drei Helden spielen können. Neben Alex Hunter, den wir ja bereits in FIFA 17 und 18 gesteuert haben, erhalten nun auch seine Halbschwester Kim Hunter und sein alter Kumpel Danny Williams eigene Geschichten zum Nachspielen. Die beiden waren in FIFA 18 bereits in einigen wenigen Szenen spielbar, nun werden sie aber zu richtigen Protagonisten. Und die Entwicklung der dritten Staffel The Journey wird auch für künftige FIFA-Ausgaben sehr spannend. Denn EA Sports hat bereits auf der E3 angekündigt, dass die Story rund um Alex Hunter auf jeden Fall in FIFA 19 ihr Finale und damit ihr Ende finden wird. Ansonsten bietet FIFA 19 natürlich noch viele weitere kleine Neuerungen. Die chinesische Liga ist z.B. erstmals voll lizenziert im Spiel, die italienische Liga heißt jetzt endlich tatsächlich Serie A und nicht mehr Calcio A und vor allem der Ultimate Team-Modus bekommt mit neuen Ikonen, neuen Pack-Animationen und einem neuen Modus für Online-Partien jede Menge Feinschliff. Für viele Fans bedauerlich ist dagegen, dass gerade der beliebte Karriere und der Pro-Clubs-Modus dieses Jahr so gut wie gar nicht verändert wurden. Bleibt nur noch abzuwarten, wie gut und vor allem wie neu sich FIFA 19 am Ende tatsächlich spielen wird, wenn es am 28. September für PC, Playstation 4, Xbox One und die Nintendo Switch in den Handel kommt.